Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Das gibt's doch nicht, hör auf damit. Herzlichen Glückwunsch. Oder aber auch Zeit, was? Bist du glücklich? Sehr glücklich. Dabei magst du doch gar keine Kinder. Hör auf, mit deinen Fingern zu knacken, Valeria. Die werden noch ganz schief. Was gerade mit dir passiert, ist völlig normal. Wenn man Mutter wird, hat man das Gefühl, an zwei Hälften geteilt zu werden. Und dann ist die Geburt. Du fühlst, wie all deine Knochen auf einmal durchbrechen. Von innen heraus... Dracus. Dracus! Lute, Stichzote von innen. Du solltest das Wasser keine Kinder haben! Stichzote! Lute, Stichzote von innen. Lass uns